Herr Neuhofer, Sie sind ja der Initiator, der Errichter dieses hochmodernen Heizwerkes da in Eugenburg. Wie ist das für Sie jetzt abgelaufen? War das ein stressgeplagtes Jahr oder war das für Sie ganz eine Insaison? Das waren drei Jahre. Drei Jahre? Drei Jahre war das dann mega, mega cool, aber ich sag mal, man wird immer stärker und jeden Tag, wo die Währer ein Problem hat, daher kommen wird, wenn sie es geheißen hat, dass du das Spiel stärker und so viel Geld für jeden Tag und einen anderen. Ich weiß nicht, wo die nächsten drei Jahre hinkommen sind, aber heute stehen wir da und wir öffnen mich super. Es gibt zu dem Heizwerk ja ganz eine Besonderheit mit dieser Sonnenkollektorfläche, die Sie ja jede Menge an Alten beteiligt haben und die sozusagen selbst Strahlen und Wärme erzeugen können in dem Heizwerk eigentlich. Ja, ich glaube, wir haben in Eugenburg alles realisiert, was man sich vorstellen kann und da gehört auch die Sonnenkollektorfläche dazu am Tag, die sich wärme Kunden ankaufen können und einen vernünftigen Preis und auch die Förderstelle. Ich hoffe nicht, dass man da auch von der Förderung von der Seite von Hand her etwas freit macht. Jetzt ist gerade die Eröffnung des Heizwerks, jede Menge Besucher, also es ist schon fast wie vor früher, obwohl es noch gar nicht gestartet hat. Ist das auch ein Zeichen des Erfolges, den du quasi da hier geboren hast? Ja, es scheint so, dass das alles ist und wie du weißt, ist mir alle, dass wir in Eugenburg bauen, unsere Energieversorgung, das habe ich vor allem gespült und ich glaube, das ist ein Zeichen des Verstandes am Tag. Also man sieht es, sondern spürt es. Jetzt haben wir auch noch eine kleine Sache dazu. Auch die Glasfaser ist ja hochmodern in Eugendorf verlegt, man kann es dann noch da warten. Naja, das ist natürlich das Überdrüber, weil ich habe immer, immer was im Ahnen gehabt, so im Traum. Und ich habe gesagt, wir können nicht im Keller stehen bleiben, wenn man sowas in jedes Haus reinkommt. Mit der Wärme sind wir im Keller, aber mit der LWL sind wir im Lohnzimmer. Und das ist natürlich, ich glaube, das können wir heute gar nicht abschätzen, was wir da treibt gegen einen, was wir da mit haben und das ist Pionierarbeit, aber wir sind jetzt auch grandios. Super! Josef Mörkler, herzliches Einsatz und viel Erfolg für die nächsten Jahre! Danke!